In diesem Video zu Call of the Wild The Angler schauen wir uns an, was ihr wissen müsst, um ins Spiel reinzukommen, wie man schnell und gut levelt, wie man auch gezielt auf große Fische geht und was man sonst noch aus meiner Sicht wissen muss, um Spaß im Spiel zu haben. Spaß ist auch gleich das Stichwort. Ihr könnt euch bei The Angler in einer großen Welt frei bewegen, eigene Spots suchen, gemeinsam mit Freunden losziehen oder auf die Suche nach den seltenen Diamant- oder legendären Fischen gehen. Und das macht wirklich extrem viel Laune. Was The Angler aber noch nicht ist, ist ein wirklich tiefer Angelsimulator. Wenn das für euch okay ist, werdet auch ihr mit Sicherheit hier jede Menge Spaß haben. Und ohne lang weiter zu quatschen, gehen wir direkt rein. Hey, Angelfreunde, willkommen nochmal zu dem Guide hier für The Angler. Wir werden uns heute so alle Punkte anschauen, die aus meiner Sicht oder mir persönlich am Anfang gefehlt haben. Welches Setup, wo gibt es Fische, wie funktioniert das mit den Ködern und so weiter. Es gibt auch ein paar Punkte, die aber würde ich sagen selbsterklärend sind. Da schauen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, sonst würde das Video ewig lange werden. Es ist gut, dass man es weiß, dass hier sowas wie ein schwarzes Brett existiert, wo man sich Missionen, Tutorials und so weiter abholen kann. Die sind aber ziemlich selbsterklärend. Man kriegt natürlich auch EP und Kohle dafür, also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir schauen uns aber jetzt, wie gesagt, so ein paar andere Details an, die für mich am Anfang eben so ein paar Fragezeichen in den Kopf geworfen haben. Und das ist der erste. Wenn man auf die Karte geht, hat man unten links die Zeit. Ich habe mich am Anfang gefragt, wie kann ich die jetzt anpassen? Fakt ist, es geht in diesem Spiel nicht. Sowohl im Single- als auch im Multiplayer kann man die Zeit nicht anpassen. Das ist quasi servergesteuert. Auf der einen Seite ist das manchmal so ein bisschen nervig. Auf der anderen Seite macht es das auch spannend, weil manche Fische nur besonders gut zu einer bestimmten Zeit beißen. Und man dann eben warten muss, bis diese Zeit gekommen ist. Im Singleplayer gibt es da aber so einen kleinen Trick. Wenn ihr im Singleplayer unterwegs seid und es Richtung Nacht geht, ihr aber einfach keine Lust habt, im Dunkeln zu angeln, könnt ihr das Spiel einfach neu starten. Die Zeit wird dann im Singleplayer immer automatisch auf Mittags zurückgesetzt. Wir starten jetzt mal im Shop bei der Dame, die ein bisschen viel quatscht. Ihr habt da auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Auch das gehe ich jetzt nicht im Detail drauf an und wir schauen uns nicht jeden einzelnen Köder an. Das versteht man eigentlich ziemlich schnell. Wichtig aber dafür, was ihr euch kauft, ist zu verstehen, wie das ganze Setup funktioniert. Wenn ihr im Shop seid, gibt es erstmal drei unterschiedliche Routenarten. Die Spin-Route, die ist fürs Spinnen und fürs Posenfischen. Das ist quasi so ein Allrounder. Dann gibt es noch die Baitcast-Routen, die fürs Spinfischen und fürs Chicken sind. Und dann gibt es noch die Match-Routen, die sind im Endeffekt nur fürs Posenfischen. Das sind ziemlich lange Angeln, mit denen ihr eben weit rauskommt. Euer Angel-Setup besteht unabhängig jetzt mal von den Ködern aus drei Teilen. Einmal aus der Route, einmal aus der Rolle und einmal aus der Leine. Und das, was da jetzt quasi so der limitierende Faktor ist, ist immer die Route. Wenn ihr euch jetzt mal die erste Route anschaut, die Greenhorn, dann habt ihr hier verschiedene Details davon. Und das, auf was ihr hier achten müsstet, ist die maximale Leinenstärke. Ihr seht hier ein Kilo. Das heißt, bei dieser Route könnt ihr, egal welche Rolle drauf ist, maximal eine Leinenstärke von ein Kilo draufpacken. Wenn wir jetzt mal zu der Sticken hier unten schauen, da seht ihr jetzt, okay, maximale Leinenstärke 13 Kilo. Damit könnt ihr schon wesentlich dickere Fische rausholen. Das ist extrem wichtig zu verstehen, wenn ihr euer Equipment kauft, damit ihr da nicht aus Versehen irgendwelche Sachen kauft, die ihr dann nicht zusammenpassen. Hernehmen könnten und Geld verliert. Schaut immer auf eure Route, schaut drauf, welche Leinenstärke da dabei ist und kauft euch dann dafür passend die richtige Leine. Natürlich kann man dann auch mit den Rollen rumspielen. Ich würde jetzt nicht mit der schlechtesten Rolle die richtig dicken Fische rausholen, aber die haben jetzt aktuell, zum aktuellen Stand, keinen Einfluss darauf, ob euer Setup funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Es kann sein, dass dadurch der Fisch vielleicht ein bisschen schwerer reinkommt, dass die Bremse nicht ganz so stark ist und so weiter. Also ich würde auch da schon schauen, dass ich mir immer wieder gutes Zeug kaufe. Wichtig am Anfang ist aber auf jeden Fall, Route und Leinenstärke zu beachten. Das sieht man jetzt auch nochmal ganz gut den Unterschied zwischen den Spin- und den Baitcast-Routen. Die stärkste Spin-Route ist quasi 13 Kilo und die stärkste Baitcast ist mit der maximalen Leinenstärke von 25 Kilo. Also mit der könnt ihr schon ziemlich dicke Fische rausholen. Es gibt noch eine bessere Angel, aber die zeige ich euch später, wo es die gibt. Bei den Leinen habe ich persönlich jetzt noch keinen Riesenunterschied gemerkt, was man welche verwenden sollte. Es gibt einfach die Mono, es gibt die Fluorocarbon und es gibt Geflochtene. Die Geflochtenen halten am meisten aus und sind wirklich für die größten Kämpfer quasi gedacht. Ich persönlich habe, wie gesagt, jetzt noch keinen richtig krassen Unterschied im Bissverhalten gemerkt. Wenn ich auf normale Fische gehe, die jetzt nicht so die Riesenviecher sind, nehme ich eigentlich immer Fluorocarbon. Grundsätzlich gibt es dann drei unterschiedliche Ködertypen. Das sind einmal die Kunstköder, die sind ausschließlich fürs Spin-Fischen gedacht. Dann gibt es die Haken mit dem dementsprechenden Köder, die sind fürs Posen-Fischen gedacht. Und dann gibt es fürs Jicken noch, Jick-Köpfe in verschiedenen Gewichten mit dem dementsprechenden Weichplastik. Weil ich immer wieder Fragen dazu bekommen habe, hier mal kurz die Erklärung zu den Hakengrößen. Grundsätzlich steht die größte Zahl für den kleinsten Haken. Der kleinste Haken ist also der 10er. Die Haken werden dann immer bis zum einer Haken größer. Danach wechselt das Ganze wieder ein bisschen. Der nächstgrößere nach dem Einerhaken ist der 1-0er. Dann kommt der 2-0er, der 3-0er und der größte ist dann der 4-0er. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal drei Angeln für die drei unterschiedlichen Angelarten. Ich schaue, dass ich jetzt fürs Tutorial auch eher die leichtere Ausrüstung nehme. Wir nehmen einmal hier die Bugweed mit, also unsere Posenroute. Die Snagger fürs Spinnen. Einzige Ausnahme beim Jicken, da nehme ich jetzt noch den Graureiher mit oder die Graureiher mit, damit wir einfach später auch noch einen hoffentlich richtig großen Fisch rausjicken können. Im Inventar könnt ihr die dann einfach unter Routen zusammenbasteln mit dem dementsprechenden Icon. Aber auch das ist ziemlich selbsterklärend, deswegen spare ich euch das jetzt mal, dass ich mir die zusammenstöpsel. Wir haben drei Angeln ausgerüstet. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Köder für welchen Fisch. Im Inventar habt ihr euer Handbuch. Hier gibt es Informationen zu jedem Fisch. Ihr seht zum einen, wo ihr die jeweilige Fischart finden könnt und auf welche Köder diese geht. Über Tab erhaltet ihr weitere Informationen. Außerdem könnt ihr euch auch die Fischmerkmale anzeigen lassen. Besonders wichtig ist hier, lauert er eher in Grundnähe oder ist er nacht- oder tagaktiv? Wenn ihr diese Merkmale beachtet habt, habt ihr wesentlich bessere Chancen, diesen Fisch an Land zu ziehen. Elritzen haben wir dabei, deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier direkt beim Startergebiet runter und schauen auch mal, wie man gezielt große bzw. vielleicht auch eher viele Fische angeln kann, um entweder eben auf die großen Brocken zu gehen oder um schnell Geld und Erfahrung zu machen. Wie viel Geld ihr für einen Fisch bekommt, hängt von seinem Gewicht ab. Umso schwerer der Fisch, umso mehr Kohle. Pro Fang erhaltet ihr außerdem Erfahrung. Wie viel ihr hier bekommt, ist abhängig von eurem verwendeten Equipment. Mehr Erfahrung bekommt ihr, wenn ihr das passende Equipment zum jeweiligen Fisch verwendet. Verwendet ihr immer nur das stärkste Equipment, gibt's deutlich weniger. Dann gibt's noch die Meisterung eures Equipments. Für jeden Fang bekommt ihr beim verwendeten Equipment Punkte dazu. Solltet ihr einen Teil vollständig gemastert haben, bekommt ihr einen einmaligen XP und Geldbonus. Das Ganze hat aber keinen Einfluss darauf, wie gut ihr Fische fangen könnt. Wir fangen einfach mal mit dem Posenfischen an. Nehmen die hier über 1 raus. L-Ritze hängt dran. An einem 9er Haken. Mit Rechtsklick könnt ihr quasi so einen kleinen Auswurf machen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, die richtig weit rauszuschmeißen. Und jetzt ist es wichtig, während wir auf den ersten Fisch warten, zu wissen, wie sich das verhält, von Fischgröße zu Haken. In The Angler ist die Hakengröße extrem entscheidend. Ihr könnt darüber beeinflussen, welche Größe des jeweiligen Fisches anbeißt. Der Einfachheit halber machen wir das Ganze mal am Beispiel vom amerikanischen Fluss Barsch. Wie jeden anderen Fisch gibt es auch denen fünf Wertungen. Jungfisch, Bronze, Silber, Gold und Diamant. Wenn ihr jetzt mit dem kleinsten, dem 10er Haken, loszieht, kann theoretisch jede Größe des Flussbarsches anbeißen. Nachdem die kleineren Fische häufiger vorkommen, werdet ihr hier viele Bisse haben, von denen die meisten aber eher kleinere Exemplare sein werden. Will ihr jetzt aber einen 7er Haken, schließt ihr Jungfisch, Bronze und Silber aus und könnt euch sicher sein, wenn etwas beißt, ist das entweder Gold oder Diamant. Ihr braucht dann auf jeden Fall mehr Zeit und natürlich auch Glück. Für jeden Fisch gelten hier natürlich andere Hakengrößen. Dazu gibt es extrem gute Infos von Wedge. Er hat viel Arbeit reingesteckt und zwei Sheets für die beiden Maps entworfen. Ich blende sie euch hier ein, verlinke euch das Ganze aber auch in der Videobeschreibung. Ihr habt hier eine perfekte Übersicht zu jedem Fisch, welche Hakengröße euch welche Fischgröße bringen wird. Wir springen zurück zu unserem Angelversuch mit dem 9er Haken. Da ist direkt der Erste, kommt ziemlich schnell rein. Der wird jetzt auch relativ klein sein, so ist es. Ein Bronze, Schwarzflecken, Sonnenbarsch. Wie gesagt, da ist jetzt ein 9er Haken drauf, deswegen werden da keine Jungfische anbeißen, aber eben Bronze, Silber, Gold und Diamant. Spätestens wenn ihr die ersten paar Level hinter euch gebracht habt, wird euch irgendwann der Gold- und Diamant-Hunger überkommen. Und auch dafür ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Spot euch Diamant- und Goldfische bescheren kann. Das hängt von extrem vielen Faktoren ab, deswegen ist es umso wichtiger, die Übersicht zu behalten und mitzutracken, wo ihr welche Fische schon gefangen habt. Und dafür gibt es eine richtig coole Funktion im Spiel. Ihr könnt euch an jeder Stelle für jeden Fisch Marker setzen. Außerdem sind die potenziellen Diamant-Spots bei allen Spielern gleich. Wenn ihr also mitbekommt, dass jemand anders an einer bestimmten Stelle einen Diamant-Fisch gefangen hat, könnt ihr euch den Punkt genauso markieren und dann selbst euer Glück versuchen. Ich bin jetzt hier in einem der Spots, der auf jeden Fall Gold und Diamanten produzieren kann. Das ist ein richtig gutes Gebiet hier oben. Dieser Ausleger hier, man kann auch mit dem Boot hinfahren, ist nicht wirklich weit weg vom Startgebiet, deswegen den Spot kann ich euch auf jeden Fall am Anfang auch empfehlen. Auch hier holen wir wieder die Pose raus, diesmal mit einem Siebenerhaken und ich habe jetzt hier den Blutwurm gewählt, denn hier gibt es auch Schwarz- und Forellenbarsche, die gehen nicht auf den Blutwurm. Ihr könntet hier natürlich auch mit der Ellritze gehen, dann kann es aber sein, dass so ein Forellen- oder Schwarzbarsch anbeißt und dann mit dem Anfangsequipment kann das schon ziemlich herausfordernd sein. Ich hau die Angel jetzt einfach mal raus. Kann sein, dass das jetzt ein bisschen dauert, weil wir wie gesagt jetzt mit dem Siebenerhaken alles, was kleiner ist als Gold, ausschließen. Jetzt wird definitiv nicht so oft was beißen und das ist nicht die beste Möglichkeit, um schnell Geld und Erfahrung zu sammeln, aber man kann eben, wenn was beißt, davon ausgehen, dass das auch wirklich groß ist. Wenn ihr allerdings sagt, ihr wollt eben genau am Anfang richtig viel Fische rausziehen, damit ihr mehr Erfahrung, mehr Geld bekommt, dann würde ich hier mit einem kleineren Haken gehen, nicht den Siebener wählen. Dann habt ihr wesentlich mehr Bisse, ein bisschen mehr Action und müsst nicht so lange auf den nächsten Fisch warten. Jetzt hat was gebissen. Ich bin jetzt super gespannt. Hat jetzt Realtime, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, ungefähr acht Minuten gedauert. Mal schauen, was das ist. Ich hoffe, das ist ein richtig gutes Exemplar. Ja, und es ist genau so, was ich gemeint habe. Der Gold, Schwarzflecken, Sonnenbarsch ist noch nicht Diamant, aber was wir jetzt hier sehen, da ist so ein Token eingeblendet worden, erkläre ich euch gleich noch, was damit auf sich hat. Wir haben jetzt durch diese Hakengröße quasi alles andere ausgeschlossen. Es hat relativ lange gedauert, bis was gebissen hat, aber dafür ist der jetzt eben Gold. Tokens sind eine Art Währung im Spiel. Ihr bekommt sie für Gold, Diamant oder auch legendäre Fische. Einlösen könnt ihr sie dann im Souvenirsshop. Neben Cosmetics gibt's auch richtig praktische Dinge, zum Beispiel mehr Platz für euer Inventar oder High-End-Equipment. Die grünen Sterne stehen übrigens für euren Ruf oder euer Ansehen. Die könnt ihr einsammeln, wenn ihr Missionen macht. Wie zu vermuten, bekommt man die legendären Tokens von den legendären Fischen. Auf den beiden Karten gibt's aktuell je drei legendäre. Die wechseln sich wöchentlich ab und gehen immer von Donnerstag bis Dienstag. Wo genau ihr den jeweiligen Legendären findet, ist immer leicht unterschiedlich. Allerdings sind die Gewässer, wo man ihn finden kann, immer dieselben. Achtung, Spoiler! Ich blende euch jetzt gleich mal die Spots vom Golden Ridge Reserve ein, wo bisher dort die legendären Fische gefunden wurden. Ob ein legendärer Fisch gerade aktiv ist, seht ihr, wenn ihr die jeweilige Map betretet. Ich bin selber noch auf der Diamantsuche. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, ich schmeiß noch einmal raus. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder mit einem noch etwas größeren Biss. Hat wieder was gebissen. Mal schauen, auch das hat jetzt wieder, ja ich würde mal sagen, 10 Minuten gedauert. Ich glaube, es ist ein anderer Fisch, denn es hat einmal kurz gebimmelt und die Schwarzflecken Sonnenbarsche beißen normalerweise gleich an. Das ist auf jeden Fall ein anderer. Den habe ich zwar schon in Gold und Diamant, ist es leider nicht. Das ist der amerikanische Flussbarsch. Aber sehr schön, wieder ein Token bekommen. Ist leider nicht mein neuer persönlicher Rekord, aber nächste Goldfisch, nächste Token. Sehr, sehr nice. Also wenn man ein bisschen Geduld hat, wie gesagt, der Spot ist sehr gut, um Gold und auch Diamanten zu holen. Ich würde sagen, mit der Pose haben wir jetzt genug geangelt. Jetzt gehen wir mal zum Spinnen. Wir sind an einem weiteren bekannten Spot, der sehr gut ist. Ist auch nicht weit weg vom Startgebiet. Einfach hier die Straße entlang und dann diese Brücke. Nachts kann man hier gut angeln. Vor allem auch Wälse, Störe und so weiter. Auch Hechte gibt es hier. Wir sind jetzt mal hier hingegangen, weil das ein schöner Flussabschnitt auch ist. Und bei Flüssen kann man auch wieder schauen. Sind vor allem auch Forellen und Schwarzbarsche mit dabei. Wir sehen jetzt die erweiterten Informationen. Fluss aufwärts, Fluss mittig und so weiter gilt für beide. Über F sehen wir dann auch wieder, dass die eben tagsüber ganz gut beißen. Gilt für den genauso. Ich habe jetzt hier den 8er Spinner gewählt. Der gilt sowohl beim Forellenbarsch als auch beim Schwarzbarsch als Köder, den die gerne nehmen. Ich habe eine 5 Kilo Schnur drauf. Müssen wir mal gucken, wie gut das mit der funktioniert. Über Q übrigens kommt hier in so ein Schnellauswahlmenü, wo ihr den Köder auch schnell eben wechseln könnt. Wir hauen einfach mal die Angel raus. Und weil ich weiß, dass mein Multitasking-Skill nicht so wirklich gut ausgeprägt ist, werde ich einfach angeln und im Nachhinein drüber sprechen. Denn das funktioniert wahrscheinlich besser. Ja, gleichzeitig angeln, denken und sprechen ist für manchen zu viel. Je nach Köder habt ihr beim Spinfischen verschiedene Möglichkeiten, den Köder einzuholen. Ihr seht im Hintergrund gerade einfach das konstante Einholen. Dann gibt es noch die Stop-and-Go-Variante, bei dem ihr den Köder immer kurz einholt, kurz sinken lässt, kurz einholt und das Twitchen. Zur Orientierung für den richtigen Rhythmus könnt ihr euch diesen gelben Balken hernehmen. Außerdem gibt es dann noch die Einholgeschwindigkeit. Hier würde ich euch empfehlen, einfach ein bisschen zu experimentieren. Ich habe sie meistens auf ein- bis zweifach. Bei Hechten funktioniert aber auch die dreifache Geschwindigkeit ziemlich gut. Und nachdem gleich was beißen wird, bin ich jetzt mal still. Da haben wir jetzt einen Biss, war fast da. Sieht mir nach einem Forellenbarsch aus, glaube ich. Oder ist das der Schwarzbarsch? Ist der Schwarzbarsch in Silber. Ging jetzt mit der 5kg-Schnur extrem gut. Ist natürlich auch kein Riesenbrocken. Wieder der Biss. Ich habe die Aufnahme fast zu spät gemacht. Bei der Bremse würde ich auch immer empfehlen, am Anfang die relativ weit offen zu lassen und erst dann zu checken, was ist es für ein Fisch, wie leicht kommt er rein, wie schwer fällt es, was macht die Schnur, wie ist die Belastung und dann langsam die Bremse zuzumachen. Der kommt mir ja gleich entgegengesprungen. Kein großer, aber der nächste Fisch an Land. Gibt ein bisschen Kohle, gibt ein bisschen Erfahrung. Was jetzt gerade auch passiert ist, wir haben ja Besuch bekommen. Ich nenne ihn einfach mal Gona. Gona ist vorbeigekommen und der Multiplayer-Aspekt von die Engler ist natürlich auch sehr witzig. Über C könnt ihr quasi in euer Multiplayer oder Interaktionsrad kommen. Könnt dann irgendwelche Emotes machen oder sowas. Wir schauen mal, ob er was angelt. Oh, er hat sogar was dran. Sieht nach einem kleinen Hecht aus. Ja, Wahnsinn. Stark. Er freut sich. Moment. Also das hat er wirklich gut gemacht. Ist ganz witzig, vor allem wenn man Kumpels unterwegs ist oder Freunden. Über Enter kommt man auch in einen Jet. Also das ist schon ganz cool an diesem Game. Die Grundlagen vom Spin-Vischen kennen wir jetzt. Jetzt sind wir noch an einem Spot, den wollte ich euch in dem Zusammenhang unbedingt zeigen. Das ist ein richtig krasser Hecht-Hotspot. Wir waren hier vorhin schon in der Nähe. Vorhin waren wir hier oben bei den Barschen, aber hier unten ist alles voller Seerosen. Und da beißen die Hechte wirklich wie verrückt. Man muss ein bisschen auf die Tageszeit achten, natürlich den richtigen Köder mitnehmen. Aber das will ich euch unbedingt noch schnell zeigen. Ihr könnt natürlich auch vom Ufer aus angeln. Ich finde es hier aber vom Boot immer sehr gut, weil man dann so in der Mitte ist und einfach in jede Richtung ausschmeißen kann und schauen, wo die hier unter diesen Seerosen schlummern. Wir nehmen unsere Spin-Route raus. Ich habe da jetzt ein bisschen bessere genommen, einfach, dass ich euch zeigen kann. Zwölfeinhalb Kilo Schnur mit einem Vierer Swimbait, auf den gehen die ganz gut. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal und hoffen, dass was beißt. Einholgeschwindigkeit habe ich bei Hechten. Da ist der erste Biss immer mit Zweier- oder Dreifach ganz gute Erfahrungen gemacht. Mal schauen, was das ist. Tigerhechte gibt es hier auch. Jawohl, das ist der erste. Der dürfte jetzt nicht ganz so groß sein. Immerhin Bronze, gibt ein bisschen Erfahrung und Geld. Wenn ihr jetzt hier natürlich mit einem Zweier hingeht, also Ködergröße Zweier, Swimbait zum Beispiel, dann würdet ihr wieder alles, was Silber ist, auch noch ausgrenzen. Nur Gold bekommen. Wird dann aber wahrscheinlich ein bisschen dauern. Einmal versuchen wir es noch. Nächste Biss. Mal schauen, was macht die Schnur. Auch nicht wirklich groß. Da kommt er hoch. Ja, wieder in Bronze. Also, richtig guter Hechtspot. Könnt ihr hinschauen. Vielleicht mit ein bisschen stärkeren Equipment. Denn wenn da mal was Großes beißt, dann geben die schon wirklich sehr, sehr gut Gas. Bevor wir uns gleich ein paar richtig gute Hotspots noch anschauen von verschiedenen Fischen, geht es noch einmal an den Startersee. Wir werden mit dem Boot rausfahren und dann gucken wir uns noch das Jiggen an. Wir fahren einfach ein Stück raus und hoffen dann, dass was beißt. Denn wir werden jetzt mal auf die größten Viecher im Golden Ridge Reserve gehen. Wir hauen das Ding einfach mal raus. 30 Meter, das dauert ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Beim Chicken könnt ihr jetzt entweder mit der Maus so machen. Dann ist das ganz normal. Die Chick-Mechanik auch da wieder unten. Immer ein bisschen drauf achten. Immer einmal hoch, bis er durchläuft. Einmal runter, während er durchläuft. Ich hole dann meistens beim Runterziehen wieder ein. Oder es gibt eben auch über die Leertaste die Möglichkeit, das einfach manuell zu machen. Dann schruttet man sein Handgelenk ein bisschen. Da ist der erste Biss dran. Irgendwas ist hier aber gerade ein bisschen buggy. Das muss über dieses automatische Chicken gekommen sein. Denn ich habe hier irgendwie zu viel Arm im Bild. Da kommt sie hoch. Joa, ist schon nicht so verkehrt. Hat jetzt aber auch nicht so richtig krass gekämpft. Geht größer, Bronze. Komm, wir holen da noch einen größeren jetzt raus. Da haben wir noch mal einen. Mal schauen, was die Schnur macht. Nicht wirklich groß. Wir müssen mal schauen. Vielleicht ist das sogar ein anderer Fisch. Kommt mir jetzt gerade sehr leicht vor. Na. Ja, ist tatsächlich ein Hecht. Also auch die gehen da drauf. Kann natürlich mal vorkommen, dass so einer beißt. Nur in Bronze. Aber an sich ist das Chicken für diese Lake Trouts schon eine richtig gute Sache. Grundlagen vom Chicken haben wir jetzt ohnehin gesehen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gleich den ersten Hotspot für Seeseiblinge an. Und holen hoffentlich auch eine raus. Man findet die natürlich an vielen Seen. Aber gerade der und der sind bei mir extrem gut. Da habe ich wirklich schon viele rausgeholt. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wenn nicht, ist der klassische Vorführeffekt. Aber wird schon irgendwie gehen. So, ich würde sagen, das reicht. Wir hauen unseren Köder mal raus. 35 Meter auch recht tief. Bis gleich. Jawohl. Das müsste jetzt aber eines sein. Zieht auch schon ein bisschen mehr. Wahrscheinlich auch kein Monster. Aber hat dafür nicht lang gedauert. Bei denen merkt ihr es ganz schnell, wenn da wirklich was Großes dran hängt. Da sehen wir sie. Machen schon wirklich was her, wenn sie da so auftauchen. Wieder nicht besonders groß. 3,4 Kilo. 61 Zentimeter. Übertabt könnt ihr übrigens das Bild wechseln. Einer geht noch. Das ging wieder sehr schnell. Diesmal ist es auch nicht buggy. Jetzt sieht man schon, da zieht irgendwas ein bisschen mehr an. Es ist noch im Rahmen. Aber es sollte eigentlich größer sein. Ja, könnte vielleicht sogar Silber sein. Wir müssten den Fisch eigentlich gleich sehen. Gibt gerade nochmal ein bisschen Gas. Da ist er. Ja, wirkt auf jeden Fall größer. Holy. Könnte ein Silber sein. Wir schauen mal. Oh ja, kämpft nochmal ein bisschen. Na komm. Jetzt haben wir ihn. Hat ein bisschen gedauert. Und man sieht, ist ein Silber. Ist nur ein Silber, aber ihr seht, wie groß der schon ist. Also, ich habe noch keinen Diamant gefangen, aber ein Gold. Und der war wirklich extrem groß. Macht super viel Spaß, auf die zu gehen. Wie gesagt, Chicken funktioniert bei mir wirklich gut. Man kann ihn natürlich auch mit anderen Ködern holen. Einfach den Blinker, Spinner, Wobbler und so weiter geht alles. Und der hatte damals 15 Kilo. Das hat echt ganz schöne Brocken. Ein Spot, der bei mir für Lachse gut funktioniert hat, ist östlich vom Startgebiet. Neben den Lachsen könnt ihr ja auch Forellen finden. Und auch die sind gerade zu Beginn richtig gut. Ich habe die Lachse ja eigentlich überall schon rausgezogen. Da oben, hier unten. Aber besonders gut gefällt mir der kleine See. Ich habe dabei jetzt mal einen Wobbler Größe 8. Damit müsste alles beißen, außer Jungfisch. Wir hauen ihn einfach mal rein. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Ich hoffe, die beißen noch. Wird langsam etwas dunkler. Aber wir probieren es einfach mal. Wobbler ist ja durch seine Bauweise quasi genau andersrum als so ein normaler... Das ist der erste Biss. Normale Köder. Der ist so gebaut, dass er beim Einholen nach unten eintaucht und tiefer sinkt. Also nicht wundern. Mal schauen, was hier dran ist. Hier gibt es auch ein paar Forellenarten. Bin gespannt, ob es jetzt ein Lachs ist. Ich habe eine 5 Kilo Schnur drauf. Lässt sich ganz gut reinholen. War definitiv kein Lachs. Ich habe nicht genau gesehen, war das eine Ohrrit oder so. Also, naja, das ist ein... Ist ein Bach-Saibling. Ich wollte es gerade sagen. Hat man gesehen an dem roten Bauch in Silber. Also, die gibt es hier auch. 55 Credits. Gar nicht mal so wenig. So einen kleinen Fisch. Mal schauen, ob wir auch noch einen Lachs ranbekommen. Nächster Biss geht auch noch. Sind jetzt nicht so die Riesenfische. Das heißt, das müsste am Anfang auch noch einigermaßen gut gehen. Aber das ist, glaube ich, eine Ohrritforelle, wenn ich es richtig sehe. Jawohl. Ist eine in Bronze. Mal schauen, ob wir so einen Lachs auch noch ranbekommen. Ich habe es jetzt eine Weile versucht. Aber es ist auch ganz gut. Es hat nichts gebissen. Ich möchte ja ein möglichst realistisches Tutorial oder ein realistisches Bild von dem Spiel abgeben. Ich habe das manchmal einfach. Vielleicht ist es schon zu spät. Es ist kurz vor 5. Manchmal kommt es mir auch so vor, als ob gerade keine Fische da sind. Und in der nächsten Session auf einmal wieder alles voll. Das ist manchmal so. Ich würde sagen, das ist ganz normal. Also lasst euch da nicht verunsichern. Manchmal klappt es einfach nicht so. Aber ich glaube, das gehört zum Angeln dazu. Es ist jetzt relativ spät. Wir warten noch ein bisschen. Und dann schauen wir uns noch einen Spot für Wälse an. Zum Schnellleveln sind nicht nur Spots mit vielen Fischen gut, sondern auch die Herausforderungen. Hier gibt es tägliche und wöchentliche. Wenn ihr beim Angeln seid, solltet ihr schauen, dass immer welche aktiv sind. Denn so könnt ihr richtig viel Erfahrung nebenbei machen. Unten rechts seht ihr, wie viel Erfahrung ihr für das Abschließen der Herausforderung bekommt. Wenn man da ein bisschen drauf achtet, kann man hier ziemlich leichte Herausforderungen für relativ viel Erfahrung abschließen. Der Spot ist nicht nur für Wälse gut. Es ist jetzt 18.28 Uhr. Auch der ist vom Startergebiet wieder ziemlich gut erreichbar. Ihr könnt einfach auf dem Boot springen, hier runtergehen. Da ist einmal ein Wegpunkt, den ihr einnehmen könnt. Und hier auch. Dann habt ihr kurzen Weg, wenn ihr mal wieder hinschauen wollt. Da kann man richtig viele Fische rausholen. Gerade auch zur Nachtzeit. Ich gehe jetzt einfach mal mit einem Sechserhaken und einem Kompostwurm hin. Bis jetzt hat die Kombi hier eigentlich immer wirklich gut funktioniert. Wir schauen mal, wie viele oder welche wir rausbekommen. Da ist einer dran. Hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert. Wirkt nicht super groß. Aber wir schauen einfach mal, was da gebissen hat. Oh. Müsste ein Zander sein. Und gar kein so schlechter. Nein, das ist ein Schwarzbarsch. Äh, vor allem ein Barsch. Junge, ich bin durch. Und es ist sogar ein Gold. Wir haben das nächste Token. Mich hat es echt verwirrt. Habe schon lange keinen so großen mehr gefangen. 58 Zentimeter. Deswegen wusste ich jetzt nicht genau, wie ich das einordnen soll. Aber ihr seht, keine Minute gewartet. Und der hat der erste angebissen. Wir machen mal weiter. Nächste Biss. Auch das ging wieder super schnell. Ich werde jetzt mal nicht sagen, was das für einer ist. Das wird sonst zu peinlich. Was kommt da an? Sieht nach einem Wels aus, oder? Oder vielleicht? Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sogar Gold. Aber ich glaube, die Gold werden noch größer. Silber Wels. 81 Credits. Also ihr könnt hier wirklich viel Erfahrung und viel Geld machen. Und weil es gerade so gut läuft. Einer geht noch. Und schon wieder der Biss. Wirklich, das ist hier fast im Sekundentakt, würde ich sagen. Nochmal ein schöner Wels. Wir könnten jetzt mal noch einmal sagen, wir packen einen größeren Haken drauf. Ich weiß nicht, ob da was beißt. Aber ich hätte fast Lust, das jetzt einmal auszuprobieren. Wir nehmen jetzt mal den Dreier. Damit beißt Silber oder größer. Kann jetzt ein bisschen dauern. Aber wenn einer beißt, dürfte er ganz gut was hermachen. Jetzt hat einer angebissen. Bin ich jetzt extrem gespannt. Das hat jetzt tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Ich würde sagen, 7-8 Minuten sowas. Mit der 12-mal Kilo Schnur kommt er gut rein. Ich denke nicht, dass das für Gold reicht. Ist nochmal ein Wels, aber wahrscheinlich ein Silber. Er kommt da rein. Ja, das ist kein Gold. 4 Kilo immerhin, 51 Zentimeter. Ist schon mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspots hier. Da ist gerade schon wieder was gesprungen. Solltet ihr auf jeden Fall hinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Ich hoffe, da waren Informationen dabei, die euch den Einstieg ins Spiel erleichtern. Wenn ihr noch Fragen habt, packt sie gerne in die Kommentare unten drunter. Ich versuche alles zu beantworten, sofern ich es weiß. Ansonsten sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Angeln. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017